Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Zahl der Beschwerden und Krankheiten steigt immer weiter an. Immer mehr Medikamente werden eingesetzt, um Symptomen abzuhelfen. Wo aber liegt die Ursache für Symptome und Krankheiten? Gibt es eine dahinterliegende Gesetzmäßigkeit? Das Geheimnis eines gesunden Lebens. Ist es die Konsequenz einer Gesetzmäßigkeit? Wovon sind gut funktionierende Zellen und Gene abhängig? Welche Rolle spielen unsere Gedanken bei der Krankheitsentstehung und was bestätigen Experimente und Fallbeispiele? Bestehen Heilungschancen auch bei chronischen Erkrankungen? Wo gibt es Ansatzmöglichkeiten? Dr. Horst Müller, Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage um die Herkunft von Symptomen und Krankheiten. In seiner Vortragsreihe mit dem Titel »Das Gesetz des Lebens – Warum werden wir krank?« wird er diese Fragen beantworten. Wann und wo? Vom 6. bis zum 8. September 2013 jeweils um 18 Uhr im offenen Kanal Stendal.